Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schau, schau, ich mach dich wieder um. Sie wird dich anschauen und du weißt, warum. Die Strahlen bringen uns heute. Alles klar, Herr Kommissar. Entschuldige mal. Darf ich mal ganz kurz entschuldigen, Herr Lindner? Der bestaussehendste, sympathischste, agilste und eloquenteste Politiker. Und alles, was du dir sonst noch so vorstellen kannst. Steht direkt vor dir. Und das mit dem engen Hemd wird bei mir auch wieder. Ich stehe hier an den Straßen, ich bin auf dem Plakat. Ich bin in jeder Talkshow, schaue für jeden Spagat. Ich kann so super reden, auch bei Markus Lanz. Ich bin so wunderschön und völlig ohne Substanz. Und das mit der Schulze, ne? Da mag ich nicht. Die Schulze, die brauch ich nicht. Oh, du bist, Söder und die Grünen. Endlich wohl in Schritt für Kürbel und die Bienen. Gebraucht uns, ich weise es nicht her. Siehst du, ich schade, doch Bayern kann mehr. Überall Menschen in diesem Plan. Warten auf das Neue, alle sind bespannt. Und schon mal geht eine neue Welt. Eier, die uns zusammenreicht. Ein Spitz, ein Spitz der Belüblichkeit. Ein Spitz, ein Spitz, ein Spitz. Ein Spitz, ein Spitz.